Das Geheimnis für saftigen Schokokuchen, Öl statt Butter und Kakao statt Schokolade. Und dann natürlich auch noch der Perfect Bake Back Sensor. Denn der sorgt dafür, dass dein Kuchen einfach perfekt wird. Und zwar immer. Und so wird's gemacht. Für den Teig Eier mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Dann das Öl unter den Teig rühren. In einer weiteren Schüssel Mehl, Speisestärke, Kakaopulver und Salz vermengen. Und anschließend abwechselnd mit der Sahne unter die Zuckereimasse rühren. Nun musst du noch deine Kastenform einfetten und kannst dann den Teig in die Form füllen. Mit dem Perfect Bake Back Sensor wird der Schokokuchen perfekt saftig. Der Back Sensor misst permanent den Feuchtigkeitsgehalt im Backofen und passt den Backvorgang selbstständig an. Dafür musst du nur die Zubereitungsart Kuchen in Form auswählen. Der Back Sensor stellt automatisch Heizart, Temperatur und Dauer ein und schaltet sich dann von alleine ab, wenn der Kuchen perfekt ist. Eine Stäbchenprobe entfällt. Und schon kannst du den saftigsten Schokokuchen genießen. Backst du lieber mit Öl und Kakao oder mit Butter und Schokolade? Schreib es uns in die Kommentare. Noch mehr Ideen mit Schokolade und Rezepte, die mit dem Perfect Bake Back Sensor gelingen, findest du auf unserem Kanal.